Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister im Islam. Einer der großen Unterschiede zu der Gruppe, die als Salafisten bezeichnet wird, zu vielen anderen Gruppen, die sich dem Islam zuschreiben, beziehungsweise islamischen Gruppen, ist, dass wir bestimmte Arten von Totenverehrung ablehnen. Und da ist der Salafi-Islam, beziehungsweise das salafistische Verständnis, so wie es genannt wird, sehr ähnlich zum evangelischen Verständnis im Christentum. Weil es beispielsweise im Katholizismus werden Tote um Fürsprache gebetet, oder es werden sogar Tote angebetet, um Regen zu bekommen, wie zum Beispiel Petrus macht schönes Wetter oder wenn man etwas sucht, wird der heilige Anton angerufen. Und das sind alles Sachen, die die evangelischen Christen ablehnen. Und so ist es auch, so ähnlich ist es auch im Islam, dass wir diejenigen, die Salafisten genannt werden, obwohl ich mit diesem Begriff nicht so einverstanden bin, weil im Deutschen da vieles zusammengewürfelt wird, ohne da wirklich Verständnis von zu haben. Das ist etwas, was wir ablehnen. Ja, und es gibt halt irregegangene Gruppen, die es für richtig erachten, bestimmte Bittgebete Toten oder Abwesenden zu widmen. Ibn Taymiyyah sagt dazu, in Majmufa Tawah, Al-Ata'iyya al-Bit'iyya al-Amarati b-Thalaf. Das heißt, die Bittgebete, die erneuerten Bittgebete, die erfundenen Arten der Bittgebete auf drei Stufen. Da sagt er al-Ula. Das heißt, das Erste, dass jemand zu einem Toten oder Abwesen sagt, egal ob er von den Propheten oder den Rechtschaffen ist, O du Herr so und so, rette mich. Das heißt, er bittet direkt die Hilfe von ihm und sagt Ibn Taymiyyah, Das ist der Schirk gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der große Schirk, der aus der Region rauswirft. Dann sagt er als zweites, Also wieder genau dasselbe von Das heißt also, bitte Allah für uns oder frage ihn für uns. Also das heißt, er bittet jetzt von dem Toten, dass er den Toten oder den Abwesenden, egal ob Prophet oder Rechtschaffender, dass er für ihn Allah bittet. Dann sagt er, Und dies ist auch nicht verwunderlich, nicht fremd für denjenigen, der Wissen hat, dass dies eine Erneuerung ist und keiner von den Salaf diese Ummah gemacht hat. Dann sagt er als dritte, Dass man sagt, O Allah, also man ruft Allah an und sagt, O Allah, ich bitte dich bei dem und dem oder bei der Stufe von dem und dem bei dir. Das heißt zum Beispiel bei der Stufe von Propheten Mohammed etc. bei dir und ähnliches. Und dann sagt er, Das ist auch verboten und nicht bekannt unter den Sahabern. So, hier möchte ich erstmal eins erwähnen. Ibn Taymiyyah ist nicht unser Maßstab. Unser Maßstab ist Koran, Sunnah und das Verständnis der Salaf. Nicht Ibn Taymiyyah, nicht Mohammed Abdul Wahab. Und für die ganzen Leute, die man mit Mohammed Abdul Wahab wurde von Hemfa bla 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 gegründet. Hemfa hat circa weit mehr als 100 Jahre nach Mohammed Abdul Wahab gelebt. Das ist alles dummes Gequatsch. Deswegen bitte Geschichte studieren und dann weiter labern. Unser Maßstab ist nicht Mohammed Abdul Wahab. Unser Maßstab ist nicht Ibn Taymiyyah. Unser Maßstab ist Koran, Sunnah. Das Verständnis der Sahaba, insbesondere der Maßstab der Sahaba. Aber wenn wir sehen, dass beispielsweise Ibn Taymiyyah hier etwas definiert, beziehungsweise etwas ausdrückt, was mit Koran und Sunnah beeinstimmt, dann ist es für uns auch eine gute Sache, das ihn hier zu zitieren. Für uns sind die Imame der vier Rechtsschulen viel wichtiger als Mohammed Abdul Wahab oder Ibn Taymiyyah. Nur mal von nebenbei. Das heißt erstmal, wir sagen, das war gerade das Grundverständnis, man muss wissen, eine Aybada darf man nur Allah subhanahu wa ta'ala widmen. Eine Aybada, eine gottsliche Tat, jemand anderen zu widmen außer Allah ist was? Ist Schirk. Allah sagt in Surah 4, Vers 36. Und ich wiederhole das immer wieder, damit ihr das auch auswendig lernt, damit ihr diese Verse auswendig lernt, am besten auch mit Nummer, damit ihr, wenn ihr mit jemandem redet, der ein falsches Verständnis hat, direkt mit Nummer ihm das geben könnt, damit ihr zu Hause nachlesen kann. Denn es ist oft so, die Leute folgen irgendwelchen Imamen, irgendwelche Leute, die sich Scheich nennen, ohne auf den Beweis zu achten. Und dann wird gesagt, ja der Pier Vogel ist besonderer Deutscher, der hat letzte Woche den Islam angenommen, bla bla bla. Schaut auf die Beweise. Surah 4, Vers 36 Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa'abudullah wala tushriku bi shayya. Dient Allah und gesellt ihm niemandem bei. Surah 4, Vers 36. Ich gucke hier nochmal ganz kurz nach. Surah 4, Vers 36. Dient Allah und gesellt ihm niemandem bei. Okay, so, jetzt müssen wir schauen. Das heißt, die Ibadah steht auf der einen Seite, der Shirk auf der anderen Seite. Das heißt, wenn man die Ibadah jemandem anderen widmen, aus Allah ist das was? Shirk. Jetzt schauen wir, ob die Dua eine Ibadah ist. Allah sagt in Surah 4, Surah 19, Vers 48, 49, über Ibrahim a.s. dass er gesagt hat, wa'atazilukum wa matad'una min dunillahi wa'at'u rabbi asa'ala akuna bidu'a i rabbi shakiyya. Ja, und ich werde euch verlassen, also ich werde mich von euch entfernen und das, was ihr neben Allah anruft, also die Dua widmet, das Bittgebet widmet. Wa'at'u rabbi und ich rufe meinen Herrn an. Ich werde bestimmt in der Dua, in dem Bittgebet gegenüber meinen Herrn, nicht unglücklich sein. Dann sagt Allah danach, im nächsten Vers, Surah 19, Vers 49, falamma'atazaluhum wa ma'ya'abuduna min dunillahi wa'abdna lahu ishaqa wa yaqube wa kullin ja'alna al-Nabiyya und als er sie sich von ihnen entfernt hat und dem, was sie neben Allah anbeten, das heißt, im Vers 48 steht die Dua und Vers 49 wird gesagt, dass die Dua eine was ist? Eine Ibadah ist. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ein Moment kurz. Ja genau. Wa'abudullah wa la tushliku bi shay'a. Ja, das war Surah 4, Vers 36, eben der Vers, den ich erst genannt habe. Dann sagt Allah in Surah 46, Vers 65, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamati wa hum an-Duahim ghafilun. Das heißt, in Surah 46, Vers 65, wa idha hushir annaasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ja, das heißt, und wer ist irregehender, wer neben Allah anderen Dua widmet, ja, und sie sind sich gar nicht bewusst, dass sie von ihm angerufen werden. Wa idha hushir annaasu, und wenn die Menschen versammelt werden, das heißt, am jüngsten Tag, ja, werden sie, also die, die angerufen wurden, denen Dua gewidmet wurde, zum Beispiel, du widmest Dua, du widmest Dua, beispielsweise, Abdul Qadir Jilani, du widmest die Dua, beispielsweise, den Propheten, a.s. Da werden die, denen du Dua gewidmet hast, deine Feinde sein, und was noch? Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Und werden die Iberda, das heißt, die Dua ist eine Iberda, die ihnen gewidmet wurde, werden sie verleugnen, das heißt, die werden dagegen sein. Dann sagt Allah, in Surah 72, Vers 20, dass der Prophet sagen soll, Qul'ina ma'at'u rabbi, wa la ushriku bihi ahada. Sprich, ich mache Dua nur zu meinem Herrn und mache ihm gegenüber kein Schirk, das heißt, Dua jemand anderen zu widmen aus Allah ist was? Ist Schirk. Dann sagt der Prophet, das findet man im Sunnah Abidawud, Hadith Nummer 1479, in Dua hu al-Iberda. Oh, al-Dua hu al-Iberda. Das heißt, die Dua ist die Iberda, ist eine Form der Iberda. Das heißt, das Gebetgebet ist eine Form der Iberda. Das heißt, wenn man die Dua einem anderen widmen aus Allah, begehrt man was? Widmet man eine Iberda jemand anderen aus Allah? Und wenn man die Iberda einem anderen aus Allah widmet, dann begehrt man was? Schirk. Was ist die Gefahr des Schirks? Allah sagt in Surah 4, Vers 48, Allah vergibt es nicht, dass man ihm gegenüber Schirk begeht, Politismus begeht, aber vergibt was darunter ist, wem er will. Das heißt, wer im Zustand des Schirks stirbt, ohne Tauber gemacht zu haben, in Lebenszeit, dem wird der Schirk nicht vergeben bleiben. Was ist das Ergebnis davon? So 5, Vers 72 sagt Allah, So 5, Vers 72, Innahu me yushrik billahi, fakat harramallahu alayhi jannah, wa ma'wahun na'ar, wa ma li dhalimina min ansar, wahrlich, wie Allah gegenüber Schirk begeht, für den ist das Paradies verboten, für den hat Allah das Paradies verboten, macht seine Bleibe, wird die Hölle sein, und übel ist dieses Ende. Übel. Wa ma li dhalimina min ansar, und die Ungerechten haben keinen Helfer. Dann sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, in Surah 6, Vers 88, Walau ashraku lahabita anhumakanu ya'malun, über die Propheten, hätten sie Schirk begangen, wären die Taten, die sie gemacht haben, zunichtig worden. In Surah 9, Vers 65 sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt er, hättest du Schirk begangen, dann wären wahrlich deine Taten zunichte geworden, und du würdest wahrlich zu den Verlierern gehören. Das heißt, der Schirk wird nicht vergeben, der Schirk führt zur ewigen Hölle, und der Schirk führt dazu, dass die guten Taten ausgelöscht werden, die man gemacht hat, selbst wenn der Prophet, a.s.m. es gemacht hätte. Jetzt kommt ein Scheinargument, und darauf wollen wir eingehen, dass gesagt wird, wir haben Beweise dafür, dass die Propheten, oder die Salihin im Grab leben. Wir haben Beweise dafür. Beweis beispielsweise, Surah 3, Vers 109, man darf ja zu lebendigen Dua machen. Man darf ja zu lebendigen sagen, bitte mach Dua für mich. Das heißt, wenn du jetzt, und das ist eine ganz klare Sache, das heißt, wenn ich jemanden sehe, zum Beispiel ein rechtschaffender Mann, den ich als rechtschaffender ansehe, ich sage zu ihm, mach Dua für mich, dass Allah mir vergibt. Und er sagt dann zu Allah, oh Allah, wir haben eben gesagt, wenn man das aber zu einem Toten, oder einem Abwesen macht, ist das eine Form der Bidda, weil es dafür keinen Beweis gibt. So, dann wird gesagt, die Schuhada sind beispielsweise lebendig. Surah 3, Vers 119, Denke nicht, dass diejenigen, die auf dem Weg Allahs gestorben sind, dass die was sind? Dass die tot sind, sondern sie sind sehr lebendig, sie werden bei ihrem Herrn versorgt. Okay? Oder Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet erwähnt einen Hadith, der immer gerne genannt wird, und zwar in Sahih Muslim, Hadith Nummer 2375, Ich bin an dem Grab von Musa vorbeigegangen, sagt der Prophet, und er hat in seinem Grab gebetet. Und dann wird gesagt, guck mal, der betet in seinem Grab und so weiter und so fort. Erstmal, es geht hier nicht um die Mas'ala, es geht hier nicht um die Frage, ob diejenigen, die im Grab sind, lebendig sind, oder ob diejenigen, die im Grab sind, beten. Es geht hier darum, ob du denjenigen, der im Grab ist, darum bitten darf, für dich Dua zu machen. Darum geht es. Das heißt, die zweite Kategorie, die Ibn Uthamia sagt, das ist eine Bida. Okay? So. Und ich habe hier einige Punkte aufgezählt. Und übrigens, Al-Anbiya, Ahya, und für Kuburihim, die Propheten sind lebendig in ihren Gräbern, gibt es ein Hadith. und er wird von Scheich al-Al-Bani in Hadith al-Sahihah, Hadith Nummer 621, als authentisch angesehen. Weil es leider einige Leute gibt, die sagen, ach, Scheich al-Al-Bani und so weiter. Wenn es um Begierde ginge, um Gelüste ginge, dann hätte Scheich al-Al-Bani gesagt, der Hadith ist daif. Aber man kann sich bei Scheich al-Al-Bani die Bücher nehmen und er erklärt, warum er sagt, dieser Hadith ist daif, dieser Hadith ist daif. Aber wenn man sich mit der Wahrheit nicht auseinandersetzen will, dann ist man natürlich auf dem Irrweg. Und ich werde hier erstmal einige Sachen erwähnen, die einem zeigen sollen, dass es falsch ist zu denken, dass das Leben im Grab so ist wie das Leben der Dunja. Weil das sind zwei verschiedene Pashur. Das Leben im Grab ist ein Hayer Barzakhia, ein Leben des Barzakhs. Das ist sozusagen das Zwischenreich zwischen Dunja und Akhirah. Und hier haben wir Hayer Dunjawiyah. Wir sagen ja, die Propheten sind lebendig. Die Shuhadah sind lebendig. Aber was? Ein Hayer Barzakhia. Ein Hayer des Barzakhs, nicht ein Hayer Dunjawiyah. Ein Hayer, ein Leben des Diesseits. Das sind zwei verschiedene Pashur. Und ich darf einen Lebendigen, der auf meiner Ebene des Lebens ist, darum bitten, Allah für mich zu bitten. Ich darf jemanden, der lebendig ist, auf meiner Ebene des Lebens, um etwas bitten, dass er Allah für mich um etwas bittet. Okay? So. Aber nicht, wenn er auf einer anderen Ebene des Lebens ist. So, erstens, und ich bringe einige Beweise, dass er auf einer anderen Art des Lebens ist. Dass er damit, was wir in Suche 3, Vers 169 sehen, denke nicht, dass diejenigen, die auf dem Weg Allahs ums Leben getötet worden sind, dass sie tot sind, sondern sie sind lebendig, damit, dass damit definitiv ein anderes Leben gemeint ist. Dass mit dem Hadith Sahih Muslim 2375 oder Sahiha 621 damit ein anderes Leben gemeint ist, als unser diesseitiges Leben. Erster Beweis, sie sind unter der Erde. Zweiter Beweis, Schuhada können von der Erde, sozusagen, so würde man das im Arabisch formulieren, gegessen werden. Das heißt, die lösen sich in der Erde auf. So, aber wenn du im diesseitigen Leben bist, dann löst du dich nicht einfach auf. Das heißt, ja, Mbiyah nicht. Mbiyah, der Körper bleibt erhalten. So, dann, sie können keine Fatwa geben. Warum ist keiner zum Grab des Propheten? Er hat um Fatwa gefragt. Bitte gib mir eine Fatwa. Warum ist Abu Bakr, warum hat Abu Bakr nach dem Tod des Propheten, warum haben sie sich zusammengesetzt und Schura gemacht? Schura heißt, sich gegenseitig, äh, sich gegenseitig beraten. Warum ist er nicht zum Grab des Propheten? Er hat gesagt, bitte sag mir, was wir machen sollen. So, vierte Sache. Bei Bukhari, Hadith Nummer 1010, da wird überliefert, dass in der Zeit des Propheten ein Mann kam bei einer Dürre und hat den Propheten darum gebeten, Dua zu machen, dass es regnet. Und dann fing es an zu regnen. Eine ganze Woche lang. Dann beim nächsten Jum'ah kam der Mann wieder und hat gesagt, guck mal, die Wege gehen kaputt, es regnet zu viel. Das heißt, es ist erst mal eine Dürre, dann hat es immer weiter regnet. Dann hat der Prophet gesagt, zu Allah gebeten, auf der Mimba, dass es um Medina herum regnet. Einige Jahre später in der Zeit von Omar al-Khattab, Abu Bakr war zwei Jahre, vier Monate, circa zwei Jahre, vier Monate Kalif gewesen. Danach wurde Omar Kalif. In der Zeit von Omar gab es wieder eine Dürre. Dann kamen die Leute und wollten ein Gebet machen, dass es anfängt zu regnen, weil es eine Dürre gab. Wie viele Sahaba, die dieses Wunder des Propheten mitbekommen haben, waren dabei gewesen, Hadith Nummer in Bukhari, 1010, die mitbekommen haben, wie der Prophet auf der Mimba die Hände hebt, was er normalerweise nicht macht, nur es fängt an zu regnen. Wie viele waren in der Zeit von Omar noch dabei gewesen? Wie viele? Wie viele haben das mitbekommen? Wie hat sich das rumgesprochen? Was hat Omar al-Khattab gemacht? Er hat dann ist das Ka durch Al-Abbas gemacht, der Onkel des Propheten. Warum hat Omar, warum ist er nicht von der Mimba gegangen zum Grab des Propheten? Warum ist kein einziger Sahabi auf die Idee gekommen, zu den besten und reinsten Menschen zu gehen, lebendig oder tot, und zu ihm zu sagen, oh Gesandter Allahs, wir haben wieder eine Dürre, bitte mach mal, du Adi, dass es anfängt zu regnen. Keiner ist auf die Idee gekommen. Und das zeigt, dass die Sahaba ganz eindeutig verstanden haben, dass man den Propheten oder einem Rechtschaffenden etwas bitten kann, wenn er auf derselben Stufe des Lebens ist. Nächster Beweis. Abu Bakr, radiallahu anhu, als der Prophet, alaihi salatu wassalam, gestorben ist, hat er was gesagt? Er hat gesagt, men kena ya'budu la'budu muhammadin, fa inne muhammadin kadmad. Wer muhammad angebetet haben sollte, muhammad ist gestorben. sallallahu alaihi wassalam. Wann kena ya'budu Allah, wann kena ya'budu, wann kena ya'budu muhammadin, fa inne muhammadin kadmad. Wann kena ya'budu, ya'budu allaha, fa inne allaha, hayyun la'yamud. Wer den Propheten, also wer muhammad angebetet hat, so ist muhammad gestorben. Aber wer, so wer Allah angebetet hat, so ist Allah lebendig und wird niemals sterben. Das heißt, doch, der Prophet stirbt. Der Prophet geht von einem, der stirbt, den diesseitigen Tod und geht in ein anderes Leben über, in das Hayyat Barzakhiyah, in das Leben des Barzakhs. Wir haben jetzt ein Hayyatul Dunya, das diesseitige Leben. Und dann das Leben des Barzakhs, der sozusagen der Zwischenwelt. Dann, Suche 39, Vers 30, sagt Allah zum Propheten, innaka meyitun wa innehum meyitun. Du wirst sterben und sie werden sterben. So, dann nächste Sache. Das Leben im Barzakh ist für die Propheten vollkommender und für die Schuhada. Also dann das diesseitige Leben, das muss man nochmal dazu sagen. Dann, was ist mit der Frau eines Schahids? Wir haben eben gesagt, der Schahid ist lebendig. Suche 3, Vers 169. Aber wie lebendig? Hayyatul Dunya oder Hayyatul Barzakh? Hayyatul Barzakh, Leben des Barzakhs. Darf die Frau des Schahids einen anderen heiraten? Selbstverständlich. So, wenn er also genauso lebendig wäre wie jetzt, dann dürfte die Frau eines Schahids keinen heiraten danach. Ist also falsch. Nächste Sache. Das Vermögen, das Vermögen eines Schahids, der lebendig ist nach Suche 3, Vers 169, geht an seine Erben. Dann, die Taten gehen trotzdem, werden abgebrochen. Der Prophet, der Prophet, der sagt, wenn eine Person gestorben ist, werden seine Taten abgebrochen, außer 3. Das dazu, es heißt, Schlussfolgerung, dieses Argument zu sagen, ich darf einen Toten darum bitten, entweder, dass er mir direkt etwas gibt, wo Ibn Taymiyya drüber sagt, oder dass er für mich bittet, worüber Ibn Taymiyya sagt, das ist auch nicht unbekannt für jemanden, der Wissen hat, dass dies eine Biddah ist, die von der Salaf, der in der ersten Generation der Ummah, keiner gemacht hat. Wir sehen hier, dass diese Argumentation absolut verkehrt ist, weil sie in Hayyya Barzakhir übergehen, und nicht in Hayyya Dunya sind. Es geht also nicht darum, ob sie leben oder tot sind, es geht darum, ob ich sie bitten darf. Und wäre das erlaubt gewesen, dann wären die Sahaba die Ersten gewesen, die bei der Dürre denen zum Grab des Propheten gegangen sind, denn die Minba ist nur einige Meter entfernt vom Grab des Propheten, a.s. Und deswegen sollte man auf Nummer sicher gehen, und man sollte den anrufen, der der Beste ist. Wer ist der Beste? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt in Surah 2, Vers 186, وَإِذَ سَأَلَكَ إِبَالِ عَنِّ فَإِنِّ كَرِبُ وَجِبُ الدَّعُ وَتَدَا إِذَ دَعُنَ Und wenn deine Diener nicht nach mir fragen, so bin ich nah, ich höre das Bittgebet des Bittner, wenn er mich bittet. Dann, wie gesagt, das war, wie gesagt, eine kurze Ausführung, dass diese Argumentation falsch ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen den rechten Weg weisen und uns Ikhlas geben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.